. 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 Hallo, ich heiße Elsa. Ich bin fünf Jahre alt. Ich bin die Jüngste in unserer Familie. Meistens ist das ganz okay. Aber manchmal finde ich das ziemlich doof. Das Eis. Hallo. Hallo. Wir kaufen uns ein Eis. Darf ich mitkommen? Nein, du darfst noch nicht mit dem Rad auf der Straße fahren. Doch. Ich bin aber. Super. Elsa, du musst jetzt zurück. Könnt ihr mir ein Eis mitbringen? So viel Geld haben wir nicht. Oh. Tschüss. Bis später. Vielen Dank. Das war's. Dann mache ich mir eben selbst eins. Und dann mache ich das. Zitzen, die Zitzen und die Zitzen. Mh! Papa, den Ofen anschalten! Das hast du alleine gemacht? Mhm. Toll! Blöd, dass der Laden schon zu hatte. Ja, echt blöd. Ich hätte so gern an Eis gegessen. Mhm, ich auch. Hallo. Hallo. Elsa, der Laden hatte schon zu. Dürfen wir mal probieren? Nein. Dürfen wir mal probieren? Nein. Ja. Mein Laden ist jetzt offen. Mhm. Hm, das kostet 10 Kronen. Da. Mhm. Danke. Hä? Hahaha. Mhm. 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 Mhm.